Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, eigentlich sollte heute ein Facttime Video online kommen. Das Ding ist, ich war gestern noch mit meinem Kleinen in der Klinik und bin um 2.30 Uhr oder so heimgekommen. Musste dann heute ein Kochvideo abfilmen und so weiter und es geht sich heute einfach nicht aus. Deshalb kommt morgen ein Facttime Video und heute kommt nur das, was ich gerade abfilme und ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.